Das poetische Popquiz ist zurück in AFK Arena, ein weiteres Mal, ihr wisst es natürlich, ich werde zu jedem einzelnen Tag insgesamt 8 Stück, die wir hier haben, ein Lösungsvideo hochladen. Wir beginnen in dem Fall mit Tag Nummer 1, für diejenigen, die sich wundern, warum ich jetzt schon Tag 2 gespielt habe, ich nehme das Ganze hier auf dem Testzauber auf. Ich habe leider Tag 1 ein bisschen verpennt, dadurch muss ich jetzt erst Tag 2 aufnehmen und jetzt Tag 1, aber es wird natürlich wie gewohnt alles in der Reihenfolge kommen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Frage und zwar, was war Libertas Codename, als er eine Waffe war? Hier haben wir Antwort A mit Abenddämmerung. Frage Nummer 2, was ist der Name des Piratenschiffs, das Jerome in der ersten Hälfte seines Lebens zu zerstören geschworen hat? Hier haben wir Antwort D mit Holzbein. Frage Nummer 3, was würde Lucilla mit den verstärkten Effekten ihrer Fähigkeit tun, wenn Liberta Fatalschaden empfängt? Hier haben wir Antwort B mit dem Schaden für ihn widerstehen. Frage Nummer 4, was macht Radieschenrotunde am liebsten? Also da geht es um die Bestie. Hier haben wir Antwort B mit Sonnenlicht. Und dann kommen wir auch schon zur fünften Frage, ist aber nicht die letzte Frage am heutigen Tag, denn ich habe noch eine weitere auf einem kleinen Account. Ich würde sagen, wir machen natürlich erst die Frage hier und zwar, welches Symbol verschießt Robin Hood zu Beginn des Kampfes? Hier haben wir Antwort D mit einem Ballon, somit haben wir hier alle fünf Fragen richtig beantwortet, können hier diese fünf Kisten einsammeln. Hier haben wir im Übrigen noch die sechste Frage, die ich für euch im ersten Tag herausfinden konnte und zwar, welche der folgenden Helden ist kein Unterstützer hält? Und hier haben wir Antwort B mit der guten Solise. Somit haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, die erste Belohnung einzusammeln mit den fünf normalen Schriftrollen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wir sehen uns natürlich logischerweise dann morgen zu Tag Nummer 2. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute und ciao!